Jetzt geht's auf die Nuss! Oh! Komm schon, ich krieg dich! Jawoll, noch ein Leben dazu erhalten! Nein! Wo fang ich jetzt wieder an? Ah, komm, ja! Ich schlag dich zu Apfelmus. Und jetzt habe ich zwar auch einen auf die Nuss gekriegt, aber das ist mir nur recht und billig. Oder besser gesagt, es ist mir egal. Ach, da wird jetzt aber einer mütig. So. Da komme ich wahrscheinlich nur mit einem Supersprung oder so ran. Es ist momentan nur ein Leben. Oh, Ernsthaft? Ich verprüge dich! Ich verprüge dich! Ich verprüge dich! So! Level beendet! Finito! Gott sei Dank! Level war auch schwer genug! Ja, die chinesische Mauer haben wir jetzt hinter uns gebracht und jetzt... Oh, wir fliegen in die Tigerberge! Das ist doch mal schön! Hm, ganz schön kalt hier oben! Ja, warte! Jetzt zeige ich, was Sache ist, du Sau! So! Gab es hier noch hier was Besonderes? Nope! Jetzt habe ich aber die Faxen dicke! Mit auf der anderen Seite war Lebensenergie! Die holen wir uns! Und wenn möglich, ohne abzustürzen! Ich bin ein Großmeister des Kung Fu! Warte! Ja! Ich schwöre, den Zorn! Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen! Sehr feurig. Autschi! Autschi! Hm? Wollen wir mal sehen hier. Autsch! Kommt das denn weg? So. So. Schnell weiter! Oh, ich hab ein böses Gefühl. Naja, komm ich nicht mehr zurück. Ah, Checkpoint! Und noch ein weiteres... Mann! Mann! Leben dazu erhalten. Okay, den Lebensenergiespender habe ich jetzt irgendwie nicht gekriegt. So, du Schrapnell! Ich glaub bei 100 kriegen wir da auch ein Leben. Ja, ich verprügel dich! Autschi! Jaja, hau ihn um! Ne, ne, kein Inter... Ah, Feuer ist schon toll! Feuer macht alles kaputt! Pfff! 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 Muss ich hier überhaupt lang? Ich bin mir gerade nicht sicher! Pfff! 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 Oh, bloß aufpassen. Oh Gott, wie hoch ist das denn hier, bitte? I'm not falling down. Ah, das Leben ist mir jetzt egal. Checkpoint. Was haben wir denn hier drin? Die haben wir bitte nötig. So. Ruhe hier. Platt gemacht. Oh, nö, 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 nö. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Da geht's anscheinend. Ja. Gott, ich hasse Sprünge ins Ungewisse. Muss ich jetzt... Und jetzt... Jetzt. Hallo? Was ist denn hier los? Hallo? So, auf Wiedersehen. Nö, 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 nix riskieren.